In diesem Video werde ich dir erklären, was der Farnet-Status ist und wie du ihn am Beispiel eines Skytrax 3.0 benutzt. Wenn du mit dem Skytrax 3 abhebst, erkennt es das automatisch. Die Berner SkyNet Bodenstation empfängt deinen Flugstatus und zeigt diesen in Form eines Schirms an. Die Farbe des Schirms ist übrigens die Steigrate. Das Skytrax erkennt auch, wenn du gelandet bist und zeigt sofort ein Icon mit Rucksack an. Hoffst du nun, dass dich jemand mitnimmt, kannst du auf dem Skytrax im Menü Farnet Benutzerliste und Status den Menüpunkt Brauche mit Fahrgelegenheit anwählen. Dieser Status wird nun an eine Berner Bodenstation übermittelt. Sobald SkyNet diesen Status empfängt, bestätigt es, dass du eine Mitfahrgelegenheit suchst und zeigt die Daumen hoch Geste an. So können deine Freunde auf der SkyNet-Map-Seite erkennen, dass du abgeholt werden möchtest. Bist du nun im Auto, kannst du den Status auf Fahrzeug wechseln. Auch hier wird der Status durch das entsprechende Symbol auf der SkyNet-Map symbolisiert. Auch wurden verschiedene Notfall-Szenarien berücksichtigt. Denk dran, jedes Farnet-Gerät ist auch ein Repeater und sendet Nachrichten an die Bodenstation weiter. So kann es eben auch helfen, den Farnet-Status richtig einzustellen, wenn du nicht im Empfangsbereich einer Bodenstation bist. Dies geht dann im Menü Programme und dort in der Farnet-Benutzerliste. So kann es durchaus sein, dass ein über dir fliegender Pilot Kontakt zu einer Berner SkyNet-Station hat und deinen Status automatisch im Hintergrund weiterleitet. Es ist also einfach, diesen Status zu setzen. Und wenn du nun immer wieder mal auf die Berner SkyNet-Map schaust und ab und zu einen anderen Piloten mitnimmst, trägst auch du zu einer etwas besseren Welt bei.